Ja, und wir kommen langsam dem Defizit zu Rande, obwohl die Weltwirtschaft schwächelt. Also Wirtschaftsförderung. Und da die Weltwirtschaft jetzt schwächelt und wahrscheinlich auch noch im Sinne der Kurve noch wieder ein Stück weiter runtergehen wird, wäre ich jetzt dafür, diese Regionalförderungsgeschichten mal wieder anzugehen und Gründerförderung zu machen. Also Economy? Ja. Ähm, Small Business Grants, weil ich glaube, wir haben die Rural Development, haben wir gemacht. Genau, damit ist eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, um möglichst viele Leute glücklich zu machen oder Probleme gleichzeitig anzugehen. Ja. Das heißt, Small Business Grant, also, ja. Sollen wir den mal direkt machen? Gerne. Okay. Da folge ich dir auch gerne. 4,3 Milliarden. Niedriger, höher. Self-Employment geht hoch. Und die Kapitalisten, also, genau, die Kapitalisten-Folz, unser Wirtschaftswachstum, sollte dadurch auch, oder zumindest das Brutto-Sozial-Inlandsprodukt, sollte dadurch ein Stück weit steigen. Plus 2,8, ja. Für 3 Milliarden, die ich jetzt mal so eingestellt habe erstmal. Ich will es auch nicht übertreiben. Mhm. Noch weniger, oder sind 3 okay? Ich könnte mit 3 gut leben. Ich weiß nicht, wie du es hieß. Ja, finde ich auch. Kann man immer noch anfassen. Finde ich auch. Dann. Ups. Economy. Wollten wir die internationalen Investitionen wieder ein Stück fördern wollen, könnten wir da noch was tun. Wir hätten allerdings auch die Möglichkeit, wieder diesen National Business Council zu machen. Ja. Wenn wir gerade im Land anfangen, die Wirtschaft zu fördern, wäre es ja auch ganz nett. Und dann haben wir die Kapitalisten auch eine ganze Weile entspannt. Ja, das finde ich eigentlich sehr schön. Und es kostet sehr, sehr wenig Kapital, politisches. Dann würde ich das auch machen. Das ist ja gar nicht so teuer. Oh, und es gibt tatsächlich ein plus 1,5% zum Bruttoinlandsprodukt. Das ist krass für sehr wenig Geld. Weil die Idee dahinter ja ist, dass die Unternehmen sich zusammentun und dann über diesen Rat direkt die Möglichkeit haben, auch politische Entscheidungen an Einfluss zu nehmen, die wiederum, dass die Idee dahinter der Wirtschaft helfen sollen. Wenn ich noch ein bisschen hochgehe, ändert das kaum was am Bruttoinlandsprodukt, aber den Kapitalisten gefällt es natürlich mehr. So, zwei Drittel ungefähr? Und dafür, das so zusetzen. Noch höher? Nee, das so zu lassen, wie du es gerade hattest. Okay. Genau, an dieser Grenze. Mhm. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, dass wir dieses Business Council vor allem auch verstehen als etwas, das nicht zu viel Macht hat. Im Chat wird ja gerade gesagt, wieso gehen die Autokonzerne nicht direkt zur CSU? Weil nicht alle Autokonzerne in Bayern ansässig sind und das kein Freifahrtschein automatisch ist. Und es gibt sogar noch eine zweite Ebene dazu. Erstens, oder sogar drei, die CSU kann in Bayern sowieso nicht alleine regieren. Und im Bund logischerweise auch nicht. Und dann gibt es natürlich auch den Unterschied zwischen Parteien und Parteienvertretern und den Entscheiderinnen, quasi der Legislative, den Parlamenten und den Verwaltungsapparaten. Also ganz einfach, wie das ist es halt dann doch nicht, seine eigenen Interessen politisch durchzusetzen. So viele Player. Na ja, ich glaube, so langsam werden die großen Sachen rankommen, sprich, nachhaltige Umweltentwicklung, diese Green Electronic Initiative, irgendwie sowas. Wobei ich den Free-Eye-Test auch ziemlich cool finde. Public Services. Bei Public Services ist auch die ersten, eigentlich finde ich dort die ersten 1, 2, 3, 4 Sachen total gut. Free-Eye-Test finde ich super. Der ist auch sehr günstig. Und auch keep dieses hier, weil es direkt Auswirkungen auf die Umwelt hat. Das kann ich mir alles gut vorstellen. Okay, dann machen wir mal hier einen freien Augentest. Und den würde ich halt so mittelmäßig, nicht direkt alles voll. So ungefähr hierhin, auf 3 Viertel. Ist auch schön, wie der sich auswirkt auf die Armut, dass die Armut da durch zurückgeht. Also nur durch einen Augentest, das ist schon irgendwie eine Relation korrupt. Ja, das stimmt. Minus 4,5. Gut, dann hattest du noch Public Services. Ne, das hatte ich gesagt. Ja, das finde ich auch gut. Kosten noch 2. Was haben wir hier noch? Social Justice Foundation und Youth Politics Council würde auch nur 2 kosten. Und wir haben noch 6. Wir könnten alle 3 machen. Alle 3, sagen wir es so. Ja? Ich habe, äh, ja. Und alle 3 voll? Ja. Oder alle 3 helfen uns? Ja, wir haben Umweltprobleme. Gerne. Gerne voll. Dann. Liberal. Die Liberalität steigt tatsächlich für langsam. 2,57. Aber ist relativ wenig Geld, was dabei raus passiert. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, konsequent, nachdem wir den National Business Council eingeführt haben, dann zu sagen, wir haben einen Sozialstaat, da gibt es dann auch noch mal. Stimmt. Und hier tun wir was für die Jugend. Auch volle Kanne. Auch super. Okay. Sehr gut. Und da sind wir auf 0. Gut. Nächste Runde. Ich bin gespannt, wie es unserer... Ah. Unser Credit Rating ist downgegradet. Wir sind wieder auf BB. Na super. Dann Demand vom Donor. Einer unserer Parteispender, Dagobert Simon, besteht darauf, dass du eine spezifische Politik einführst, Consumer Rights, also Konsumentenrechte. Gucken wir uns die Politik an. Ja, hätte ich jetzt überhaupt nichts gegen. Ja, ich auch nicht. Also warum auch? Kostet uns halt 14, aber dann Implement. Ja. Müssen wir ihn nicht verärgern. Das ist eine Richtung, wenn die ihm wichtig ist, uns ist sie genauso wichtig, dann tun wir dir mal den Gefallen. Und ich hätte jetzt gesagt, ja so in der Mitte, oder? Automated Refunds, finde ich schön. Was gibt es hier? Right to Return Goods. Automated Refunds, Cooling-off-Periods, bedeutet. Cooling-off-Periods, wahrscheinlich sowas wie Cooling-off-Periods, weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir nichts einsetzen, was wir nicht verstehen, deswegen wäre ich bei Automated Refunds. Okay. Dann haben wir das. So, Situation imminent. Environmental Protest. Anscheinend ist das jetzt drängender als die Real Estate-Bubble. Wir haben gar nicht auf das Housing-Problem geguckt. Forstie ergänzt übrigens, er hat es eingegeben und Karenz-Zeit ist die Übersetzung, Cooling-off-Periods. Ah, okay. Wie muss ich das dann bei Consumer Rights verstehen? Achso, du bist drei Wochen über die Garantie und die müssen dir dann eine Karenz-Zeit einräumen, oder wie? Also, das wäre jetzt was, was ich hoffen würde, aber so richtig weiß ich es auch nicht, wie es kommt. Ja, doch, wahrscheinlich sowas, ne? Also, was, was, äh... Man kann schon echt viel regeln, das ist irgendwie cool. Ja, also, äh, die Proteste gegen die Umweltverschmutzung, würde ich jetzt auch sagen, ist jetzt nicht ein drängendes Problem, gegen das wir etwas tun wollen. Da werden wir eh etwas gegen tun wollen. Äh, also gegen die Umweltverschmutzung. Äh, das ist schön, dass das das drückendste Problem ist. Definitiv. Ja. Und Horst, die hat auch eine Erklärung für die Karenz-Zeit, äh, und sagt sowas wie, du hast zwei Wochen den Artikel zurückzugeben, wenn er nicht gefällt. Ah, okay, also sowas, äh, wie Fernabsatzgesetz, nur nicht zwangsläufig für Fernabsatz. Das finde ich ja auch schön, ne? Also, ja, ein tolles, tolles Recht, dieses Fernabsatzgesetz, alles, was du in irgendeiner Form bestellt, dass du es nach zwei Wochen ohne, äh, Angabe von Gründen zurückgeben kannst, oder halt auch, dass Sachen, die am Telefon abgeschlossen werden, äh, halt einfach sagen kannst, nee, doch nicht. Herzlichen Dank. Das finde ich super. Das finde ich auch total spannend. Einer der, äh, so ein mitteldeutsches, äh, Unternehmen, die vor allem Kleidung verkaufen, mit mehreren Filialen, da kann ich, äh, kann man einerseits die Sachen online in den Laden bestellen, kann sie dann mit nach Hause nehmen, auch für wen anders, und bringt sie dann auch wieder zurück, man muss nicht mal bezahlen. So. So, und bezahlt erst, wenn es dann gefällt, das finde ich auch super interessant. Ah, ja. So, einfach zu sagen, keine Ahnung, die Frauen, weiß ich nicht, was denn die Idee ist, vielleicht kaufen die Frauen für Herren die Klamotten, und dann probieren die die an, man kann es wieder zurückbringen. Aber auch so kann man es machen. Ja. Und für mich als Kundin, ehrlich gesagt, entspannt, das ist sehr viel. Hm. Ja, also es, es muss ja nicht zwangsläufig halt da, dass, dass, das, ne, Leute, die einem was verkaufen und Kunden, die etwas kaufen, dass das ein, äh, äh, ein Kampf ist, sondern das kann ja halt auch ein Servicegedanke dahinter stecken. Aber ich habe häufig das Gefühl, dass irgendwie sowas so, ja, nee, warum sollten wir denen was für umsonst geben, also das ist auch irgendwie so verhärtete Fronten und so ein bisschen älteres Denken dahinter steckt. Ich meine, ich habe keinen besseren Begriff dafür. Schön, wie du es beschreibst. Ja. Danke. Also es basiert so ein bisschen auf diesem, auf diesem Wir gegen die oder die Unternehmen und die Bürgerinnen oder keine Ahnung, also dieses, dieser Unterschied und ich glaube, dass die Zeiten tatsächlich zunehmend vorbei sind. Also wo wir auch über, über Unternehmensverantwortung reden und, äh, zivilgesellschaftlichem Engagement durch Unternehmen oder fördert durch Unternehmen, da glaube ich, gibt es da einfach inzwischen einen, einen Wandel. Vielleicht geht der ja noch weiter, das wäre eigentlich ziemlich cool. Ja. Ich bin, ich bin gespannt, wo das, wo das alles hinführt, auf jeden Fall. Also, continue. Kurz einmal eine, äh, Runde durch unsere Probleme. Ganz fix, Gig-Economy, ganz kleines Stück nach unten gegangen. Äh, die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft, der Trend geht langsam wieder nach unten, das freut mich. Die Luftverschmutzung, mh, stagniert, leider. Fettleibigkeit geht wieder hoch. Asthma-Epidemie, kleinen Knick wieder nach oben. Internetkriminalität, äh, gleich geblieben. Organisierte Kriminalität, gleich geblieben. Kurz vor Ende. Mir ist gerade durch den Kopf geschossen, das ist einer der Gründe, warum unser internationales Kreditrating so schlecht ist, wo unser Defizit ist. Ja. Und ich habe gerade überlegt, ob uns noch irgendwas einfällt, beispielsweise der kleine Quatsch, die CO2-Steuer, womit wir mal zwei, zwei Runden Geld akkumulieren. Oder eine, vielleicht reicht das ja schon. Politisches Kapital, meinst du, damit wir unser Defizit gefixt kriegen. Finde ich eine sehr schöne Idee. CO2-Steuer 39 brauchen wir. Da sind wir ja auch schon fast bei der nächsten Wahl, bis wir die zusammen haben. Nein, wir haben jetzt gerade erst angefangen, also, äh, gucken wir mal, ah, wir können maximal 38 ansammeln im Moment. Kann man das steigern? Ja, also je mehr du kriegst, desto mehr, äh, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall war das auch abhängig mit dem, was du bekommen hast. Vielleicht sieht es nächste Runde schon anders aus. Wir können mal in unser Kabinett hineingucken. Also unser Welfare-Minister, unsere Welfare-Ministerin ist krass abgesackt. Nee. Nee, die hatte 1,2, ne? Ja, die war irgendwie... Die hat 1,2, die Economy. Hä? Die Dame für die Economy ist abgesackt, ne? Nee, die hatten wir gelassen. Die war auf 1. Ah, okay. Transport und Economy waren beide auf 1. Ich kann es gar nicht mehr rekonstruieren, wo wir es verlieren. Ja. Ich würde sagen, das ist... Also CO2... Wir gucken nächste Runde einfach nochmal drauf. Aber wir haben jetzt ja, weil der Donor, was... Der Parteispender was wollte, haben wir ja schon so viel ausgegeben für die Consumer Rights. Ähm. Ja, was können wir noch für 5 machen? Was wir machen könnten, was mir jetzt so in den Kopf gegangen wäre, wäre, wir könnten hier auf das organisierte Verbrechen gucken und schauen, ob wir hier was drehen können. Gambling unterstützt das? Ja, da könnten wir eigentlich wirklich mal reingehen. Wir könnten unsere letzten 4 ausgeben und hier ein bisschen runtergehen und damit den letzten Stoß gegen die organisierte Kriminalität geben. Das finde ich super, weil die kostet uns... Auch die organisierte Kriminalität kostet uns immer Geld. Ja. Dann würde ich jetzt hier 4 ausgeben, um es da hinzusetzen. Und das hier ist kostenneutral, das ist super. Ja. So. Yes. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Runde. Ich würde einmal kurz hier auf den Grafen gucken. Die Weltwirtschaft sackt weiter ab. Und... Ja, unsere Ausgaben gehen hoch, weil wieder unser Kreditrating schlechter wurde. Okay, nächste Runde. Oh, wir haben ein Ereignis. Ein nationaler Sportstar hat einen Maulkorb bei einer Fremden durch eine fremde Macht bekommen. Wenn Sport ein Geschäft ist, dann müssen Athleten ihre Verträge checken, bevor sie ihre Meinung sagen. Eine widerwillige Entschuldigung wurde zu einer fremden Supermacht. musste erteilt werden, weil jemand das Protestmovement unterstützt hat. Das wird wahrscheinlich anspielen auf irgendwas mit Hongkong und China, ne? Das wurde aus dieser Black Lives Matter Bewegung. Also ich meine, die Formel 1 hat jetzt, glaube ich, extra deswegen die Regeln geändert. Und Louis Hamilton, glaube ich, heißt er, hat letzte Woche oder irgendwann in den letzten Wochen mit einem Protest-T-Shirt irgendwie da gestanden. Und ich glaube, die haben auch ihre Regeln geändert, damit sowas nicht mehr passiert. Wie auch immer man das findet. Okay, krass. Und ich glaube, das passiert jetzt häufiger. Das ist aber krass. Hier, Patriots, also es wird wahrscheinlich nur ein temporärer Effekt sein. Aber Patrioten minus 90 Prozent. Also wir brauchen drinnen wieder Nobelpreise, Literaturpreise oder was auch. Ja, aber das ist alles, was hier passiert ist. Ach, weiß ich nicht. Tja, Defizit. Unsere Einnahmen gehen zurück. Ausgaben sind relativ gleich geblieben. Hm, Defizit. Wir können jetzt versuchen, durch diese Phase durchzukommen, indem wir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen sparen. Das ist eine Variante. Bei den Problemen, die wir jetzt schon gelöst haben, weiß ich das. Ja, ich wollte es nochmal drauf gucken. Ah, siehst du, es hat sich geändert. Wahrscheinlich hängt es auch mit dem Pre-Election-Cut zusammen. Wir können jetzt 42 ansparen. Wir kriegen 21. Wir könnten jetzt diese Runde einfach Next-Turn machen und CO2-Steuer einführen. Finde ich super. Wir führen wieder eine CO2-Steuer ein. Und das ist der Weg, wie man Haushalte saniert. Und wir haben ja auch selber noch in der Hand, wie wir die ausgestalten. Genau. Ja. Also, nächste Runde. Ja. Wundervoll. Verschmutzung ist zu Ende. Organisiertes Verbrechen ist zu Ende. Unser Credit Rating ist weiter downgegradet. Bis wir wieder ein bisschen Geld in der Karte haben. Ja, unser Defizit. Ja, ja. Okay, ja, ja, ja. Wir haben einen neuen Parteispender. Ein neuer Mensch, der uns Geld geben kann. Und ein Spender möchte gerne, dass wir Proportionate Fines einführen. Also, eine Strafe, die sich daran orientiert, wie jemand verdient. Also, ich muss da erstmal kurz drüber nachdenken, weil es eigentlich die Grundidee ist, es gibt quasi eine Straftat. Also, kriegen auch alle die gleiche Strafe. Ja, genau. Abhängig von ihrem Einkommen. Ich würde gerne wissen, inwieweit man das hier noch ein bisschen steuern kann. Also, ob es da auch wieder unterschiedliche Abstufungen gibt. Eigentlich könnte ich es mir auch vorstellen. Ja, wäre jetzt eine Sache, die wir einführen müssen und dann nächste Runde die CO2-Steuer erst einzuführen. Und wahrscheinlich jetzt noch was Kleines hinterherzuschieben. Wie findest du den Vorschlag? Ich finde den super. Ich finde den großartig. Ich könnte mich aufregen über die Tatsache, dass unsere Straßen, dass die Straßenverkehrsordnung so Sachen hat, wie, dass das da überhaupt nicht existiert, sondern dass es einen festen Geldbetrag unabhängig vom Einkommen gibt. Weil es überall die gleiche Straftat ist. Also, das ist ja die Idee. Gleiche Straftat, gleiche Strafe. Aber ich kann es total gut nachvollziehen. Ja. Also, ich finde es, wenn es über Geld geht, dann muss man den finanziellen Hintergrund angucken. Und dann finde ich halt so eine Lösung, wie es ja auch gibt, wenn es um Tagessätze geht, werden die Tagessätze anhand des Einkommens festgelegt und nicht irgendwie fest. Warum, warum, das war so, ich habe einmal, ich glaube, ich habe das schon mal im Stream erzählt. Ähm, ich war jung und es war doof, muss man natürlich sagen. Ich sollte meine, äh, weiß nicht, ich habe noch zu Hause gewohnt. Ähm, ich sollte meine Mutter abends von der Arbeit abholen. Ähm, wir hatten nur ein Auto zu dem Zeitpunkt. Ähm, und bin dann zu schnell gefahren. Ich wusste, das ist innerorts, aber es war halt irgendwie nach zwölf. Meine Mutter hat spät gearbeitet, ich sollte sie halt abholen. Und bin dann halt, äh, nach der Ampel aufs Gas. Und dann haben sie mich mit der Laserpistole eingefangen. Und ich war, weiß nicht, 25, 28 oder so zu schnell. So, dass ich für einen Monat meinen Führerschein abgeben musste. Und, 120 Euro? Und dann bin ich halt zur Polizei mit dem Fahrrad, um den Führerschein abzugeben. Das ist jetzt nicht weit gewesen, ne? Und er meint so, na, ein Monat ohne Führerschein ist schon hart, oder? Da habe ich nur gesagt, so, der eine Monat stört mich nicht, ich habe kein Auto. Ich komme gut klar, 120 Euro tun richtig weh. Jetzt gerade. Und er meinte so, das hat noch keiner gesagt. Aber bei mir war es so. Also, es war jetzt so, ich bin damit klargekommen, dass ich einen Monat nicht fahren durfte. Anfang 20 irgendwie so. Kommst du mit klar? Aber 120 Euro war echt doof. So, und das ist, also, ich beziehe das nicht alleine auf diese eine Geschichte. Aber an der Stelle ist, also, nicht, dass ich jetzt da verlangen würde, dass ich weniger zahlen müsste. Aber jemand, der, ähm, der sehr, sehr viel Geld verdient, sollte, ähm, bei so einer Geschwindigkeitsübertretung, äh, dann halt tatsächlich auch proportional zu dem, was er verdient, eine Strafe erhalten. Und nicht genauso viel. Ich glaube, die Herausforderung darin ist, äh, wie kann man's bemessen? Also, es sind ja Ordnungswidrigkeiten und die Ordnungsämter haben ja irgendwie auch nicht unbedingt Zugriff auf meine Kontodaten, geschweige denn auf meine Einkommenssteuer. Also, du müsstest dann die Einkommenssteuerunterlagen so transparent machen, dass diese ganzen Behörden, die solche Strafen erlassen können, Zugriff haben, um dann die Berechnungsgrundlage zu haben. Weil ansonsten wissen die ja gar nicht... Da hab ich doch nicht drüber nachgedacht, stimmt, das ist... Das ist nicht so einfach, ne? Wenn, aber tatsächlich, ich glaub, das gibt's ja auch dieses Ding, die auch in den USA, dass eigentlich die Steuererklärungen öffentlich zugänglich sind. Mhm. Außer vom einen oder anderen US-Präsidenten, aber es gibt das und das könnten wir hier theoretisch im Spiel auch machen. Dann könnte man das sogar noch erklären, warum wir es so machen. Stimmt, ja, ähm, ähm, äh, 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 Published Tax Returns, ne? Gibt es auch als Politik. Ja. Also ich find's gut, wenn wir das jetzt hier einführen würden. Wir haben zwar gerade einen neuen Spender bekommen, aber ich find es tatsächlich ne schöne Sache. Wir können es dann machen. Im Chat gesagt, in Schweden gibt es, haben sie es auch komplett. Man kann die Steuern der Nachbarn einsehen. Die Transparenz soll ein Stück weit dafür sorgen, dass die Leute nicht so viele Steuern hinterziehen. Oder keine Steuern hinterziehen, wie die Hörfe. Ja. Also ich kann damit total gut leben. Alles klar. Ich wollte nur in der Diskussion die Umsetzungsschwierigkeiten anmerken. Ja, okay. Da hab ich jetzt, von der Umsetzungsseite hab ich die Sache auch noch nicht betrachtet. Also dass es, dass es da halt auch Schwierigkeiten gibt. Aber du hast jetzt einen wundervollen, einfachen Weg dahin ja auch aufgezeigt. Das find ich toll. Also implementieren wir das. Und hier können wir dann, äh, ja. Können wir so ein bisschen einstellen. Das ist interessant. Je höher ich das mache, desto mehr ist der Impact auf, also die Meinung, auf die, der Reichen. Und die Armen finden es immer besser. Ja klar, weil sie ja proportional entlastet werden. Ja, stimmt. So. Also wenn wir generell die Strafen anheben, würden wir jetzt schwierig. Ja. Dadurch, dass wir aber die Strafen nur in Teilen anheben. Und was passiert dann wieder mit den mittleren Einkommen, die überall genau an dieser Grenze sind? Deswegen ist es so schwer, mittlere Einkommen zu kriegen. Ja. So an den unterschiedlichen Enden zu skanieren, funktioniert in der Mitte, ist schwierig. Und hier wäre ich auch so da, wo du jetzt gerade bist, bei 25 Millionen Einkommen. So. Das ist jetzt nicht mega viel. Ja. Ja, ist ja auch keine Einnahmequelle, nicht wirklich. Genau. Ja, finde ich gut. Dann haben wir den glücklich gemacht. Was haben wir? Wir haben wieder einen Angry Classic Car Salesman. Den müssen wir uns nicht angucken. Der hat ein Problem mit den Car Emission Limits. Das kennen wir schon. Vom letzten Mal. Da werden wir nichts dran ändern. Wir sind gerade die Luftverschmutzung los geworden. So, 26. Wir können ansparen bis zu 42 und wir kriegen 21. Das heißt, wir sollten noch irgendwie sowas wie 6 ausgeben. Was finden lassen? Da finden wir doch bestimmt was. Transport hätte ich nochmal reingeguckt. Ob wir was für 6 finden. Aber wahrscheinlich nicht. Ich klicke mal schnell durch. Tatsächlich nur auf... Ne. Hier gibt es nichts mehr mit 6. Die Compisory Language Lessons finde ich auch nochmal gut. Die helfen unserem Tourismus auch wieder, glaube ich. 24. Oh, da warten wir damit noch ein bisschen. Ja. Und Drag Treatment? 8. Also 6. Wie sieht es mit den Doom-Klubs aus? Die waren doch auch nicht. Das waren doch nicht so viele. Es waren nur 2 Euro. 1,9. Ja. Welfare hatten wir. Lebensmittelmarken. Oder der Genitalienverstümmelungs... Das Genitalienverstümmelungsverbot. Ja, unbedingt. Das finde ich super. Das machen wir. Da diskutieren wir jetzt nicht lange rum. Das geben wir aus. Was gibt es denn innerhalb von Heavy Fiends? Imprisonment. Very Heavy Fiends. Gefängnis. Ich wäre für Gefängnis. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich bin mir noch nicht sicher. So, ob Gefängnis, aber... Grundsätzlich müssen wir was dagegen tun. Und da bin ich auch so grundsätzlich kategorisch. Und sage, nö, will ich nicht. Ja. Bin ich doof. Gut, dann machen wir jetzt nächste Runde und danach... Unser Defizit ist wieder gestiegen. Ähm, wir machen jetzt CO2 und dann nächste Runde und dann gucken wir uns nochmal unsere Probleme und die Finanzen an. Weil dann hat es ein bisschen Zeit, sich Sachen zu entwickeln. Die Luftverschmutzung ist weg. Das ist alles ganz großartig. Äh, adding bureaucracy. Schön. Ähm, Crime ist quasi nicht mehr existent. Abgefahren. Das war es erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da. Und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei Twitch TV slash Andere Lampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.